Seit dem 22. Mai 2014 ist Schauspielerin Doreen Dietl stolze Mutter eines kleinen Sohnes. Gemeinsam mit Lebensgefährte und Vater des Babys Tobias Guttenberg kümmert sich die 41-Jährige liebevoll um den Nachwuchs. Quasi das perfekte Familienglück, wäre da nicht so viel zu tun. Wir haben Doreen beim Thomas Sabo Store Opening in München getroffen und gefragt, wie läuft das aktuelle Leben zu dritt denn eigentlich? Zur Zeit ein bisschen chaotisch, weil ich sehr viel arbeite und jetzt auch ein neues Management bekommen habe. Aber wir sind ein wahnsinnig gutes Team. Jetzt ist er gerade zu Hause bei dem Kleinen. Wir haben gerne, also abends meistens kein Babysitter, das macht dann der Tobi. Trotz der vielen Arbeit, das Familienleben scheint reibungslos zu laufen. Und als wir nachfragen, was der Nachwuchs denn momentan so treibt, lässt sich deutlich heraushören, wie fernah Doreen in ihren kleinen Sohnemann ist. Erzählen, alles nachprabbeln und alles nachmachen und telefonieren mit der Hand und alles, was man macht, macht er nach. Er beobachtet, macht dann alles nach. Über wahre Mutterliebe geht am Ende eben doch nichts. So sehr sich Doreen aber auch in ihren Kleinen verguckt hat, bei einem Baby möchte die Brunette es dann doch belassen. Da werde ich zu alt. Nee, nee, dann müsste ich dann doch zu Hause bleiben. Und das wäre für eine Powerfrau wie Doreen wohl auch nicht das Richtige. Bis zum nächsten Mal.